Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Instandhaltung und Wartung im Mietverhältnis. Wer ist verantwortlich und was kann vereinbart werden? Mein Name ist Katharina Gündel, ich bin Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht hier bei der Großrechtsanwaltsgesellschaft in Berlin. Wir fangen erstmal an mit Vorüberlegung, also Begriffsbestimmung. Was ist Instandhaltung, Wartung, Schönheitsreparaturen, Kleinreparaturen und das alles. Dann gucken wir uns an, was kann man im Wohnraummietrecht vereinbaren und dann gucken wir uns an, was kann man im Geschäftsraummietrecht vereinbaren. Der Schwerpunkt, das sehen Sie hier auch anhand der Zwischenüberschriften, die ich gewählt habe, geht es natürlich ums Wohnraummietrecht, was auch damit zu tun hat, dass man im Geschäftsraummietrecht wesentlich mehr vereinbaren kann als im Wohnraummietrecht. Und hinten dran habe ich dann noch so einen kleinen Nachschlag über Klauseln im Mietverhältnis, wie wir sie in Mietverträgen gefunden haben, wie sie die Rechtsprechung in Mietverträgen gefunden hat und da mal die Überlegung, was ist da wirksam bzw. warum, darum geht es am Ende, sind diese Klauseln unwirksam.